Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Eveline, wir drehen zuerst auf der Bühne. Was ist das für ein Gefühl? Ein sehr gutes Gefühl. Es ist eine wunderschöne Gelegenheit, dass sie so ein wenig zu inspizieren können. Es ist eine sehr grosse Bühne, muss ich sagen. Ich bin immer wieder überrascht, was man hier einfach in ein paar Tagen aus dem Täschchen heraus zaubern kann. Es ist wirklich toll geworden. Jetzt schon, es ist noch lange nicht fertig. Von New York her, bist du schon angekommen? Ja, das geht bei mir schnell. Sobald ich wieder beim Mann, Hündchen und Familie bin, bin ich wieder zu Hause. Da habe ich gar kein Problem, irgendwie anzukommen. Mein Mann kommt gar nicht aus dem Business, er ist Koch. Der Hund hat auch noch nie Bühnenerfahrung gesammelt. Die sind völlig ausserhalb von dem Ganzen. Es ist einfach schön, nach Hause zu kommen und dann vielleicht auch mal über etwas anderes zu reden. Wir machen viele Spaziergänge. Das ist einfach unser Ding und das, was ich abschalten kann. Einfach im Grünen zu sein. Und das gefällt mir auch hier einfach wahnsinnig gut. Die Gegend hier ist so wunderschön. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich stehe hier in der Mitte von diesen Bergen. Und gerade neben uns ist der See. Der türkische Grünsee. Es ist einfach... Es ist Wahnsinn. Und es ist ein riesiges Geschenk, hier zu proben. Und aus der Turnhalle. Da proben wir jetzt gleich noch rauszukommen. Und gerade in dieser wunderschönen Märchenlandschaft zu sein. Also das ist definitiv ein riesiges Geschenk, das man so sein Geld verdienen darf. Wahnsinn. Wie fühlst du dich da, wenn du so ausschauen kannst? Sind die ja eine Reihe? Ja, ich freue mich, wenn die Plätze dann alle beleidigt sind. Und ich dann Leute, mir alle, unsere ganze Truppe, dann kann eine Freude machen jeden Abend. Und einfach die zum Lachen und zum Brülen bringen gleichzeitig hoffentlich. Und ja, denen einfach ein paar Gänsehautmomente bringen und bescheren. Ist die Leisa in My Fair Lady auch eine Traumrolle für dich? Ja, das ist definitiv eine meiner ganz grossen Traumrollen, die ich jetzt spielen darf. Und es ist eine grosse, grosse Herausforderung, diese Rolle nicht zu spielen. Weil es eine sehr vielseitige Rolle ist. Von der Prinzessin über den Blumenmächtchen. Also sie hat wirklich alles drin. Sie hat ihre Wutausbrüche, sie muss berühlen. Also es ist eine sehr lebendige Sache, die ich da lernen muss und auch mich reinfühlen. Vom Schatten ins Licht, wo man dann in die Zungen einsehen sieht, das blendet auch ein bisschen. Ich bin auch so ein bisschen geblendet, wenn ich durchschaufe. Ich denke, das ist ein Hauch von Audrey Hepburn, oder? Ist schon ein bisschen in dir. Hat dich das auch motiviert? Audrey Hepburn? Ich meine, das ist für mich eine der wunderschönsten Frauen, die es je gegeben hat. Das ist gerade mal das Erste, wo wir zu ihr in die Zungen kommen. Sie ist natürlich auch eine tolle Schauspielerin. Sie durfte vor allem tolle Rollen immer spielen. Da schauen wir immer sehr mit Respekt drauf, wenn jemand so ein Lebenswerk hinterlässt. Und sie hat natürlich auch im Privaten sehr, sehr viel Gutes gemacht. Und sie hat sich sehr eingesetzt, auch für Leute, wo es nicht so gut geht. Das hat mich auch immer sehr imponiert. Es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es krank mich mal. Oh, ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020